... hat das wahrscheinlich verschwitzt und ich habe es auch verschwitzt. Im Forum wollte sie uns eigentlich abstimmen lassen und ich würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt hier live eine Abstimmung. Entweder Janett oder... Das Problem ist, ich habe gerade den Guide offen, wie man die einzelnen Konversationen regeln muss, damit man entweder Janett safen kann oder sie beide retten kann. Und die sind schon teilweise sehr... Da muss man sehr viele Sachen erfüllen, die halt schon in der ersten Konversation losging. Und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch können, weißt du? Also man könnte es natürlich probieren, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt noch möglich ist. Wir können es ja versuchen. Ja, wir können es auf jeden Fall versuchen. Ja, wir machen jetzt eine Abstimmung. Ja, bitte. Erstmal eine Abstimmung und ich würde dann sagen... Ich gehe hier mal raus. Also, wir brauchen eine Abstimmung. Entweder... Therese... 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 Oh ja, guck mal. Oder Janett oder beide. Weil das mit beide... Schwierig. 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 Wer ist sie denn eigentlich? Hola. Sie ist ja die Hotte mit dem komischen Gesichtsausdruck. Du bist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Und ich war in Nebraska. Was? Ein typischer Anmachspruch. Soll ich warten vielleicht, bis wir uns ingame schalten? How do I save both? Ich gucke gerade nochmal nebenbei ein bisschen. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. Dann natürlich ganz schön viele Beide. Beide, Beide. Keine. Beide, Beide. Ich bin ganz schön nett. Beide, Beide, Beide. Ich glaube, es wird Beide, nehme ich mal an. Eieiei, dann mache ich mir gleich schon mal den Guide auf, wie das hier funktioniert. Dann mache ich mal den Guide auf und ich flirte nebenbei mit Madame. Soll ich dich schlagen? Soll ich dich schlagen? Und es fehlt, glaube ich, auch... Lass mich mal kurz gucken, ob ich es finde. Charisma fehlt uns, glaube ich. Also wir könnten hier uns das kaufen, weil wir haben neun Punkte und wir haben... Ja, dann rein damit. Attacke. Und fünf haben wir immer noch. Ja, dann... Oh. Acht. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch drei. Warum ist uns eigentlich Menschlichkeit abhandengekommen? Was ist denn da? Hm, hast du nicht irgendwann mal so eine Nutte umgelegt? Ich doch nicht. Ja, doch. Ich glaube, du hast gerade das nicht gespeichert, das Charakter-Ding. Ah, nicht. Warum lügst du? Sorry. Wollt hier tanzen? Wollen wir schon mal in die Ergebnisse reingucken, Martin? Wir gucken hier so nach rechts, weil da der Kontrollmonitor ist. Beide. Beide. Habe ich mir schon gedacht. Alter Vater. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall Seduction 2. Das ist, glaube ich, auf Deutsch Charisma. Haben wir vielleicht auch Seduction? Oder es ist Manipulation. Das kann natürlich auch sein. Komm, mach in Manipulation auch nochmal rein. Das kann man immer. Oder Erscheinung. Na, tolle Wurst. Jetzt habe ich doch hier, jetzt habe ich nur noch und so. Ja, das passt schon so. Das müsste eigentlich reichen. Ich weiß nicht, was ansonsten war. Was ist... Nee, geistig wird das. Ich glaube, das müsste Charisma sein. Ja, gesellschaftlich ist ja... Ja, das ist schon okay. Warte mal, ich kann ja mal kurz hier die rothaarige Ische nochmal ausprobieren, ob sie jetzt vielleicht mega auf mich ab... Mann, lass mich durch. Ah, Hilfe. Ah, sie haben begreifen nicht. Ah, die Tanz-Zombies greifen an. Entschuldigung, Madame. Gefällt dir, was du siehst? Seduction ist Verführung. Das gab es aber leider nicht. Seduction ist Eins-Schüchter? Nee. Seduction ist eigentlich Verführen, ja. Nee. Aber... Okay, wir brauchen viel mehr Charisma. Wollen wir erstmal irgendwas anderes vielleicht machen? Dann könnten wir Punkte sammeln und das aufleveln. Geh nochmal kurz in die... Nur einmal ganz kurz. Eine Sekunde, das lädt. Ah, rechts in die Liste sollen wir gucken. In der Minimiste. Gehen wir mal auf C? Rechts ist auch noch eine, siehst du? Ah, kann das geist. Da ist Verführen, da haben wir nur einen. Und Verführen kriegen wir hier durch... Natürlich durch Erscheinung und Ausflüchte. Wer hätte es gedacht? Ähm. Dann brauchen wir noch... Machen wir erst ein anderes Quest. Ja, machen wir erst ein anderes Quest. Wir brauchen zwei Erfahrungspunkte. Das kriegen wir wohl hin. Ähm. Oder wir laden und... Wir laden kurz, oder? Wie meinst du? Wir können noch kurz das Spiel neu laden. Ach so, meinst du? Wir haben ja nichts gemacht im Endeffekt. Weißt du? Dann haben wir ja wieder... Dann können wir die noch verteilen. Ne? Also, die letzten fünf Minuten haben gar nicht stattgefunden. Wir alten Trickser, wir. Wir sind... Wir haben euer Gedächtnis gelöscht. Und... Hallo und herzlich willkommen. Nein! Du musst den Speicherstand davor laden. Ach so. Ich dachte gerade... Mann, ich hab voll... Nein! Nein! Hör auf! Dorten. Das Asylum. Hä? Nee, das kann nicht sein. Das wieso nicht? Spieldauer 44 Minuten 19. Das da drüber ist 72 Minuten. Hä? Hast du irgendwo anders gespeichert? Vielleicht lief das auch die ganze Zeit noch. Nee. Geh mal runter? Vielleicht irgendwo... Das ist ja umsinnend nur die Autosaves und die Quick-Saves. Das ist... Aber der 30. kommt doch hin, nicht? Nee. Hä? Nee. Nee, geh mal runter. Geh mal runter? Gott, ey. Vielleicht machen wir einfach eine Quest. 57, 51... Komm, wir machen einfach eine Quest, bevor wir jetzt hier... Sehr seltsam. 69 weiter unten steht hier. Ja, 69. Unten drunter, 69 Minuten. 69. Unten war noch was mit über 60. Ach, komm! Ganz unten. Nee, da. Santa Monica Hub. 69 Minuten 32 Sekunden. Was hier? Ja. Das passt, das passt, ja. Deine Verantwortung? 22.17, das passt. So, jetzt auch. So. Are you sure? Ja. Weil ich bin's nämlich nicht. Warum... Kriech ich? Ja, du schlägst gerade. Äh... Blocken. Wie war dein Aufstehen? C, oder? Nee, jetzt ziehen wir's nicht. Äh... Machen wir erst mal hier. Oh, jetzt haben wir nur sieben Erfahrungspunkte. Mann, ich wüsste, dass das falsch ist. Dann lad noch mal den anderen. Sorry. Ich versuch hier nur für die Person da draußen guten Spielschulass. Ich mach jetzt das und wir machen einfach eine Quest. Ja, mach einfach, ist auch egal. Wurst. Wir können auch nicht mal so gut... Mit H kann man wieder Holsterweapon machen. Dann machen wir halt irgendeine Queste hier, ne? Ach, jetzt machst du schon die Cops an, oder was? Ja. So, ähm... Ähm, wo war denn dieser... Miguel-Typy? Wer? Miguel? Hieß der nicht Miguel? Jetzt erhören das Miguel. Der seine Rippen offen hat? Auf der Couch verblutigt? Äh, links? Oh, nee, der ist in der anderen Straße, glaub ich. Rennt sie? Nee, ist in der Fackel. Oh, ah! Wer ist sie? Ah, weiß ich nicht! Ah, Hilfe! Ah, sie ist Buffy. Dieses verdammten Vampirjäger. Help! Help! Polizei! Hilfe! Verrückte Frau! Verrückte Frau! Wer war sie denn? Random Feuergirl, ey. Was geht denn hier ab? Immer noch? Immer noch! Hau sie um! Viel... Oh, Entschuldigung, ich wollte keine bösen Wörter sagen. Hä? Wer bist du denn? Du stirbst gleich. Entschuldigung, aber sie irritiert mich auch sehr. Könnte vielleicht daran liegen, dass du irgendwie... ...zwei Prostituierte ausgesaugt hast. What? Ich brauche mal gleich jemanden zum Aussaugen. Könnte auch mal aufhören, mich hinterher zu rennen. Ich wollte nur durch die Seitengassen gehen. Soll mal klarkommen. Alter, du dumme Ische. Sie haben absolut auf jeden Fall gar keinen Bock auf dich. Oh Mann, ey. Wie war denn nochmal hier? War das nicht Blutmacht? War das nicht Heil? Äh... Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich auch nicht. Oh... Uschi! Lass mich einfach in Frieden. Geh und leb dein Leben mit... Ja, ich hab's kapiert. Wer hat's kapiert? Ich. Wie? Was meinst du? Nutten getötet. Achso. Das ist das Problem. Das ist gar kein Problem. Wir haben sie auch gar nicht getötet. Oh, ey. Guck, sie lebt doch. Hier. Trudi. Sie lebt. Hier ist der Beweis. Ich habe niemanden umgebracht. Wahrscheinlich ihre Zwillingenschwester. Ach, Blutheilung gibt es noch. Ins Krankenhaus. Flüchtet euch ins Krankenhaus. Lauf. Okay. Na? Ah, du bist on fire. Die Frau, ja. So, gar nichts passiert. Was ist los? Das Spiel ist gespeichert. Ja, wir haben schon zwei Maskeradepunkte eingebüßt. Was heißt hier eigentlich? Oh. Kriminell. Oh, warte. Oh, ich bin es noch einer beschossen. Oh, Gott. Nasti. Was passiert denn hier? Ja, das war denn hier... Das war vielleicht auch keine Absicht. Ich dachte... Komm, wir fangen einfach nochmal neu an. Also, was passiert denn hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Nee, 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 nee. Ach, komm. Awkward. Ja. Ja, ich weiß. Tut mir leid. More messages below. Versuch nicht abzulenken. Nasti gegen die Stadt. Ach, ein neues Spiel. Wie wär's damit? Oh Mann, jetzt komme ich hier nicht raus. Was ist denn hier los? Ich habe doch nur geklickt. Und ich komme nicht raus. Herzlich Willkommen bei... Wir starren bedeutungsschwanger in die Kamera. Lali, 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 lali. Macht man doch so, oder? Nein, macht man nicht. Okay. Dann mache ich es nochmal. Ja, wir müssen das Spiel kurz neu starten. Ja. Es ist nämlich aufgehängt. Aufgehangen? Heißt es aufgehangen oder aufgehängt? Es hinkt. Es hinkt. Diese Sendung hinkt. Es tut mir so leid. Es war nicht meine Antwort. So wirklich sind 15 Minuten, 30 Sekunden schon Ende. Es ist einfach Anfang der Woche. Es ist Montag. Es ist... Es ist schwierig. Es ist spät. Mehr Gründe. Was passiert denn da? Alles. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wir sehen gerade einen schwarzen Bildschirm und hören Musik dazu. Bitte mal Escape oder so. I just broke the game. I just broke the game. I hate you. I don't want me. What is happening? What is happening? So, ich lese euch währenddessen den Wochenplan vor. Heute gibt es noch Wir müssen Reden. Die sinnvollste Call-In-Show mit Gunnar. Habe ich mir sagen lassen, heute die letzte Folge von der Sommerpause. No way. Sieht hier wie bei der Heute-Show und wie bei, äh... In einer Special Location. Du musst den Pfeil drücken. In einer Special Location. Achso. Nasti, was ist hier los? Du weißt es nicht. Ich bin gerade wirklich... War es das? Oder war es das? Äh, das... Das ist so konfust. Machen wir das 72. Ja. Gott im Himmel. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und freut sich. In einer Tiefsee, allein. Ja, mein Budget war klein. Ach, ein, ein, ein. Willkommen im Verein. Sie sollen unsere E-Mails und unsere Absteige checken. Ob man da Maskerade wieder zurückkriegen kann. Okay. Und ich gehe nicht durch diese kleine Kackgasse. Du meinst da, wo Buffy wartet mit der Fackel. Ja. Kleine Feuerlady. Die nämlich mega Langeweile hat offensichtlich. Ach, hier war der Dings gar nicht mehr. Ist der falsch, genau. Dann gehe ich eben wieder... Dann gehe ich nicht durch die Gassen. Du musst aber auf jeden Fall durch die Dingens gehen. durch die... Weiß ich wieder. Geh nach links, geht nach links. Geh nach links. Auf was muss ich was? In der Tiefsee? Hast du sogar Tiefsee gesungen? Ja. Jeder, der KJZ vielleicht kennt, weiß Bescheid. Mit ihren acht Armen kann sie sehr gut abwaschen und so. Danke, N. Madi, Mau steht auf der Uhr eigentlich 13 Minuten Ende. Haben wir nicht bis 22.30 Uhr? Ist doch vom Vorgänger, okay. Ach so. Wir werden also hier mit Secondhand-Uhren abgestraft. Instant Cash. Kaumes Bell nicht da, ne? Schon geht hier alles in den Bach runter. Es ist unglaublich. Nein, hinter dir, hinter dir. Da, links. In der Gasse. Ach so, ja, stimmt. Da, wo die Fackelträgerin steht. Nein. She is back. Nein, ich hasse sie. Game is broken. Das war's. Was soll ich tun? Ich kann doch nicht mit auf offener Straße... Warte, schau mal das Game. Ich kill die jetzt. Ich töte die jetzt. Ich kann doch nicht auf offener Straße... Komm, ich bring die jetzt um. Ich hab die Schnauze voll. Tut mir leid, lass die, aber das muss jetzt einfach mal gemacht werden. Just do it, now. Okay, erstmal wählen wir uns hier was Geiles aus. Wie wär's zum Beispiel mit Gestalt wandeln. Jetzt ist schön, die wird gleich hier schön verprügelt. Schön in der, in der, in der Park... So wie es sich gehört. In Park. Im Parkhaus. Hello. Ah. Fuck. Ja, da hat sie ihre kleinen Flamme ordentlich mal draufgehauen. Ich hab ganz schön wenig, äh... Ganz schön... Ja, wir sind nämlich ziemlich schlecht. Wir müssten mal irgendwie... Wir müssen ziemlich langsam vor allem... Ja. Aber BAM! Tot, Mann. Tot, Digga! Dann gib mir mal den Lepshtopsch. Gib mir den Lepshtopsch. Thanks. Eieiei, das heilt ja kaum hier. Ja, ja, ja. Junge. Junge. Aber immer ne Fackel. Uh. Just beat it. Eieiei. Done. So. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Was heißt denn jetzt, wie kann ich denn das noch heilen? Der Chat soll mir mal sagen, wie ich das jetzt heilen kann wieder. Was willst du denn heilen? Das linke ist das gelbe. Aber mit Blutheilung geht das ganz schön schwierig. Ähm. Huch. Upsi. Ich wollte die Tür nicht schlagen. Ähm. Ähm. Chat. Wie heilt man sich schnell? Ich bin... Es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht auf der Höhe heute. Es ist... Es tut mir leid. Die letzten zwei Wochen waren zu lang. Da ist übrigens ein Brief. Der haben wir am Anfang schon gesehen, ne? Wie war unser Passwort? Äh. Morgengrauen oder so'n Shit. Steht, glaub ich, hier drin, oder? War das nicht, ähm, Dawn auf Englisch? Ja, irgendwie genau so was, ne? What? Das war nicht vorher da, das Gesicht. Äh, das Gesicht. Doch, das war da. Nein. Ich glaub schon. Echt? Ja. Passwort korrekt. Ja, okay, dann. Äh. Geht nur durch Trinken heilen. Ein Mann, der ist echt riesig. Eine Erinnerung. Hallo. Ne? Heilen, Blut durch Trinken und Zeit. Okay. Richtig mit ihm, das haben wir gemacht, ne? Nächste. Schlappschwanz at trojanbotnet.vtm. Penisvergrößerung. Trefft Kilpatriks Crime-Puter. Suchen hier nichts, das ist von ihr. Mercurio. Hey, willkommen in der Stadt. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Ah, auf das Wort. Toll, gut. Eine Pro-Werber-Shoot in die Hand von Lokalpresse gelangt, das uns eine Analyse in die Klinik von Santa Monica schickt wurde. Ich lese gerade den Chat nebenbei und merke, wie daneben ich tatsächlich bin. Wieso? Naja, weil ich Gesicht gesagt habe anstatt Gedicht und Dawn auf Englisch. Dinge, die ich sage, wenn ich mir selber nicht zuhöre. 2016. Okay, wir sollen aus dem Krankenhaus eine Blutprobe zurückholen. Zurückholen. Eine kaufen? Also, dann müssen wir doch uns durchschleichen. Wir sollen die aber nicht kaufen, sondern wir sollen die klauen. Eine Wehrwolf. Eine Wehrwolf. Es gibt doch gar keine Wehrwolf. Hä? Hä? Aber ich dachte, Twilight bewodet auf einer wahren Geschichte. Ja. Wenn hier gleich noch so eine komische Fackeldame rumsteht, dann rasse ich aber aus. Ich gehe mal nach oben. Nach oben bin ich richtig. Waren wir hier? Waren wir oben schon mal? Jetzt habe ich, glaube ich, im Forum gelesen, dass wir ohne mich noch nicht waren. Sicher. Na, war doch. Achso. Wir hatten da kein Dings, ne? War gleich. Yes. Waren wir hier doch schon? Nicht geschafft. Weißt du, wer zu Gast ist bei Wir müssen reden? Waren das nicht irgendwelche Anwälte oder so? Ne, ich glaube, Krogmann ist zu Gast. Oh, Krogmann. Oh, ne, nicht schon wieder Krogmann. Was? Vorsicht? Ne, korrekt war es, glaube ich. Ach, korrekt. Hey, Jason, kannst du Malcoms Passwort für mich ernennen? Er will ein neues, namens Pan-Ax. Leute, die in der Cafeteria passwort liegen lassen. Pan-Ax stand da aber nicht. Da stand Pan... Sicher? K... Pan... 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 Panacea, okay. Panacea, ganz normales Wort. Klar, jeder will es benutzen. Ist das nicht Pankreas oder sowas? Panacea. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hab ich gesehen. Oh, das hab ich nicht gewusst. Ich geh ja schon. Rechtsberater, Dr. Krogmann. Hä? Wo soll er jetzt hin? Wer, was, wo? Das Policeman hat da. Oh. Ich halt wieder. Open up, open up. Open up, open down. What? Hä? Begabung, Schlösserknacken. Hä? Stufe 0? Stufe... Ich bin verwirrt. Also, ich steh so krass neben mir. Das ist unglaublich. Ja, durch die Wand hat er mich gesehen und angesprochen. Hat ich durchgezogen, durch die Wand sogar. Ich glaub, er ist das Monster. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Das war doch auch benommen, oder? Und dann sind die, glaub ich, ein bisschen... Krimineller Verstoß. Aber du hast einen Schlüssel. Ich glaub, du hättest... Schon wieder Menschlichkeit verloren? Oh, das kann nicht sein. Neuladen. Ja, weil das Problem ist, wenn wir noch mehr Menschlichkeit verlieren, dann ist immer ein Ende. Aber können wir nicht... Ich glaub, wir hatten letztes Mal, dadurch, dass wir lange in der Diskothek standen, haben wir Menschlichkeit dazubekommen. Vielleicht bleiben wir in der Diskothek stehen. Vielleicht bleiben wir in der Zukunft lange in der Diskothek rumstehen. Ja, wir haben aber schon... Das ist schon nicht ohne. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaub ich. Müssen wir das Quest nochmal abholen. E-Mail. Zack. Ja. Das war, glaub ich... Fünf. Fünf. Nice. So. Gibt es auch hier Tipps im Chat, die ich vielleicht beachten sollte? Ich gucke. Also umbringen darf ich den Typen schon mal nicht. Okay. Hier steht, nein, hör nicht auf, nachdem du das erzählt. Blödsinn. Was hab ich gesagt? Dass wir in der Diskothek rumstehen sollen. Und dadurch Menschlichkeit wieder erlangen. Man muss nur lange genug tanzen, dann geht das. Das ist wie dieses Gerücht, was sich immer gehalten hat auf den ganzen CS-Lans. Man muss nur dreimal über eine AWP springen, während man eine Flashbang in der Hand hält, dann wird irgendein Lasergewehr draus. Hey. Was hast du gegen viel tanzen? Ich hab gar nichts gegen viel tanzen. Ihr habt Nachtschicht als Fertigkeit, das hilft. Nachtsicht? Ach, Nachtsicht, Nachtschicht. Warum hilft uns das denn? Weiß nicht. Menschlichkeit ist nicht ganz so wichtig. Die Frau, mit der der Doktor fremdgeht, ist ein Passwort für einen der Computer. Ja, dann müssen wir zu einem der Computer kommen, oder? Ja. Menschlichkeit wird überbewertet. Also ich kann, hier komm ich nicht rein. Da komm ich nicht rein. Sorry. Das heißt, wir haben hier noch was. Da geht aber der Typ die ganze Zeit rum. Ich muss ihm einfach nur aus dem Weg gehen, glaube ich. Aber der hat einen Schlüssel. Können wir den nicht beklauen? Das war, glaube ich, eine Knarre, oder? Das war ein Schlüssel. Ja. Glaub mir. Dann macht es doch eigentlich Sinn, den umzulegen. Lieber Chad, kann man irgendwie klauen? Glaublich. Chad, kann man klauen? Sucht im Krankenhaus, dass Mädel heilt ist und Nasty is happy? What? Ich dachte das. Äh. Hä? Oh, echt jetzt? Oh, man hat dich gesehen am Fenster. Ich muss mal zwischenspeichern gleich. Dass ich immer wieder anfange. Chad ist heute super nett. Alles, wo ich mich versprochen habe, greift er auf. Weil ich Nachtsicht und Nachtschicht verwechselt habe. Und dann jetzt kommt Nachtschichtgerät. Das ist ja auch sehr selten. Das ist ja auch sehr, sehr ähnlich. Ja, komm. Wenn man mal was überfliegt. Okay, das heißt, ich soll eher hier reingehen und mit hier irgendjemandem sprechen? What's the matter? Ich versuch. Im Keller war ja nichts mehr, ne? Da war ja nur die Blutbank, wo wir nicht weitergekommen sind. Genau, und von dem kann man Sachen... Was war das? Okay, dude. Okay. Creepy. Ihr müsst zum anderen Save. Kann man nicht irgendwo Kameras ausschalten? Ne, klauen nicht in eine Luftschicht. Im Nebenraum kann man Kameras ausschalten. Ne, aber es hat ja keine Kameras. Das ist ja der Wachmann. Ich geh nochmal in den Keller. Da war doch ein Rechner mit Passwort. Ja, das stimmt. Und wenn es das, Panacea. Panacea. Könnte sein, ne? Ich bin mir jetzt da selbst auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Wartet, bis die Wache vorbeigelaufen ist und geht dann in den Raum über den Luftschacht. Über den Luftschacht? Steffen ist das hübscheste Girl bei RBTV. Gut, ne? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Also hier unten war ja niemand, ne? Glaube ich. Das war zu. Das konnte man auch nicht aufsperren. Hier war nur Scheiße drin. Also durch die Luftschächte kann man der Wache ausweichen. Steht hier. Okay. Super unauffällig. Bin ich jetzt gelandet? Verhörraum. Verhörraum im Krankenhaus? Oh, ne. Das ist Leichenschauhaus. Panacea. Falsches Passwort. Aber vielleicht können wir, aber ich glaube wir haben nicht genug, ne, wir haben keine Fertigkeit. Kuhglocke. Kuhglocke. Hast du das korrekt? Haben wir schon Fähigkeit? Drei. Verhörraum im Krankenhaus. Verfehle. Abobo. Crumb. Dough. Ob war es an Schinken oder an Käse herstieg? Abobo. Schlange, schlag aber wirklich so, wie die so aussieht, müsste ich dann mit der Kühltone sperren. Wir gucken uns die einfach mal so an, das macht jetzt okay. Panacea ist für die PCs oben. Okay. Hallo? Du kannst doch gerade aufmachen. Pff auf. Hallo? Geht nicht. Musst du dich hocken. Was ist denn? Keine Leiche drin. Wer hat meine Leiche geklaut? Will die gerade da essen? Essen? Aber die ist doch tief, also wie ein Eis quasi, weil die ja nach vorne ist. Bluteis, ne? Geht ja auch. Oh, hallo! Looty, loot, loot. Es ist bestimmt Fähigkeiten. Oh, doch. Oh yeah, oh yeah. Nichts drin. Und es ist... Es ist leer. Cool. Oh Gott, warum? Ich hasse dieses Spiel für solche Aktionen. Was war hier sonst noch? Chat hilft nicht. Chat schreibt gerade, dass alles zehnmal wiederholt wird. Und jeder schreibt das. Also, dass der Chat sich immer wiederholt. Ach man, das ist ein bisschen traurig, ne? Hä? Wo zum Henker bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwo, wo wir vorher noch nicht waren. Asti. Was bitte? Ich bin irgendwo, wo wir vorher noch nicht waren. Ich speichere lieber mal. Okay. Vielleicht machen wir erstmal Werbung. Ja, wir machen erstmal Werbung. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.